Auf der Landstraße kommt uns ein großer amerikanischer Limousain entgegen mit abgetrunkenen Fenstern und hält auf unserer Höhe auf. Was passiert da? Dieses Fenster geht runter und es ist Schadlin Picasso. Sie fragt uns, est-ce que vous êtes les Messieurs de Bal? Ja, ja, nulle Somme. Venne cet après-midi, vous avez un bel surprise. Und das abgedunkelte Fenster geht wieder rauf, das Auto verschwindet. Und wir sind natürlich euphorisch, wir schaffen es zu Picasso heute Nachmittag. Es gibt in der französischen Sprache einen Ausdruck, le monstre sacré. Picasso, wow, ein monstre sacré. Und das habe ich gezeigt, es hat mir gesch framstellt. . Vielen Dank.